Ein herzliches Willkommen in Bad Bertrich und unserem Haus Hohenzollern. Preiswert, fein und familiär. Ob Wellnessangebote, Beauty oder Verwöhntage, gerne senden wir Ihnen Ihr persönliches Wohlfühlangebot zu. Gemütliche Zimmer, schöne Aufenthaltsräume und eine gutbürgerliche Küche mit regionalen Produkten der Eifel verwöhnen Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Familie Kelker Untertitelung des ZDF für funk, 2017